halle hallo liebe leute willkommen zurück auf der hofbergmann am ja könnte mittwoch sein ich habe jetzt gerade mal unseren wutze schweinegülle lkw hochgeschickt zur bga dass der dass man da weiter wie der wieder einmal biogas raushauen können mein manche von euch machen ja biogas ohne stroh und ohne gülle vor allem immer zwölf und bohne gegessen hat feuer so wir brauchen noch getreide schrot ich hoffe dass wir noch etwas finden kann es nicht sein dass man gar nicht alles rein machen müssen oder dürfen oder können weil sonst unser mischmarschautomat überläuft und die mischung jetzt richtig das verhältnis halt nicht passt geld wird immer weniger es wird zeit dass die ernte anfängt aber ich will tatsächlich so lange warten bis man die hälfte unserer felder erntereif ist und auch dann dementsprechend zweimal gedüngt wenn man dann denken hallo winke winke alles rein gemacht in der hoffnung dass jetzt eine schafel voll rüben reicht um die die mischung gut hinzukriegen wenn sie schon mehr so häufig so freundlich winken muss man mal zurück ja jaja die guten die der daten des dann ist jetzt das ist die rüben fahren und damit Wenn du die 8000 Hinten gleich nochmal fahren musst, dann kannst du das haben, du. Das weiß ich nicht. Ich sehe doch gar nicht, wo ich hinfahre. Unsere Gülle ist angekommen, müssen wir gleich mal wieder umsteigen. So, jetzt gucken wir mal, warte mal schnell, ob das Mischungswert nicht stimmt. Könnte, könnte aber auch nicht. Schlecht, ne? Also müssen noch Rüben da rein. An wenig, an wenig, an wenig. Noch mal eine Ladung Rüben holen. So. Wer ist denn das? Das ist Dinger, glaube ich. Das ist der Düngerdeutsch. Den müssen wir eigentlich, Moment. Das ist ja jetzt nicht so mit dem Mischen hier. Den müssen wir auf jeden Fall umsetzen. Wo ist denn der Kollege? Ähm, und zwar müssen wir auf. Komm, mach hinne. Sehr schön, das hat komplett funktioniert. Ich glaube hier ist das Wachstum schon soweit. Vielleicht ist er 15 noch. Aber auch nur außenrum. Dann schicke ich ihn nochmal auf die 15. Und dann hier, seht ihr, können wir Unkraut vernichten und noch düngen. Im Anschluss. Ähm. Allein kommt jetzt auf die 15. Was soll's denn? Was soll da geht's? Düngen 24 Meter. Ach so, ich wollte. Okay, da ist noch mehr gewachsen. Dann fahren wir hier rum. Ich wollte auf dem Feldweg, wie ich das gehört. Ne? Auf dem Wirtschaftsweg. Aber da müsste ich ja erst Rest... Oh, der Hunde muss auch durch. Egal. Du hattest mich schon beim Hallo. So, komm dann. Oh yeah. Wheelie. Dann mach mal hin. Komm, du schaffst das. Überleg nicht so lang sonst, ne? Oh, wir rücken uns ein. Ey, das war ein bisschen flott eben für der Rechner. Das war ein bisschen flott, ne? Habe ich nicht eingestellt? Doch, normal schon. Oh oh. Ja, wenn wir mal ganz kurz nichts machen. Doch, eingestellt ist er. Kann sich nur noch um Minuten und Stunden handeln. Das hatte man ja vor ein paar Folgen schon mal gehabt. Irgendwann, er macht's mal. Ach ja. Und dann fährt er los. Hoffentlich. Du trinkst was, siehste. Dann kommt nämlich was trinken in der Zeit. So, der hat eben nur eine kurze Verschnaufpause gemacht. So, der auch. Der ist schon ein bisschen mickrisch, ne? Die 10.000 Liter hier. Das stinkt, ey. Leute, Leute, Leute. Ähm, genau. Genau. Okay, jawohl. Okay. So, Moritzugri, you don't have to be good. Oh, oh, oh. Und so weit. Nicht so weit. Jetzt müsste es eigentlich passen. Immer noch schlecht, echt. Achso, ja gut. Es ist deswegen schlecht, weil es nicht vermischt ist. Ja, logisch. So, auf den Motor starten und abfahren. Das klappt hier glaube ich nicht mehr. Nein. Das wird in der Außerungszweite mal passieren. Hier ist ein bisschen Verschwendung. Aber was soll's heißt. So, du kannst heim. Wieder zum Schweinen. Deswegen am besten zum Hof. Hof Wohnhaus, oder wie das heißt. Na. Da fährst du hin. Dann da macht es ziemlich Sinn. Viel Spaß. Das ist nicht. Das ist der Fertimix, der so einen Krach macht. Ich brauche den. Oh, der muss auch getankt werden. Auf jeden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. El Blue. Check. So, wird es jetzt hier was werden? Traktor befüllen. Jawohl. Und es geht sogar ziemlich zügig. Also ZZ so ungefähr. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Unser Leben für den Hut. Jetzt kann ich noch mal Ladung Wurzenfutter verhökern. Wir haben jetzt wieder einiges hergestellt. Ich glaube ich hätte auch gerne in Zukunft so einen, ja, 45, 50.000 Liter anauflieger. mit dem mit dem mercedes akkos oder akkakos wort über das wie das ding heißt hier dass man da mal richtig so mega mäßige mengen das ist also dreimal im mega mäßige mengen verkaufen können oh ja ich muss die eigene runde koflade schmeißen ich habe übrigens das gator fast ist schon die fastes grüne anhänge fast habe ich verkauft zwischendurch war ja nicht viel nicht groß ne also und das wird auch nicht groß nee das habe ich verkauft warum nicht habe ich über das menü verkauft deswegen hat er nicht viel verpasst so du kannst eigentlich schon mal in position fahren wo fangen wir an das spielt keine rolle ich hoffe dass wir haben wir dafür gesorgt dass nichts ist haben wir alles schon gemacht dann fährst du auf die 3 oder zur 3 allerdings machen wir erst was wenn es komplett durchgewachsen ist gell das heißt die nächste hochwerkbahnfolge wird auch noch zu diesem zeitpunkt stattfinden und sobald wir dann alles gepflanzten schützt haben gepflanzten schützt haben werde ich dann vorspulen oder einfach schlafen gehen und dann können wir dann danach wunderbar anfangen den drescher zu quälen der hatte einiges zu tun muss aufgefüllt werden wer hätte es gedacht so habe ich schon was mit 36 mit der spritze irgendwie 3 mit 3 genau und kann sagen wir haben sie schon mal machen müssen also haben wir doch die kurse auf jeden fall wunderschön so weiter wo ist denn der auffüller der lehre und bist im weg das ist aber nicht mehr langweiligen variant brauchen der wird gebraucht der variante er sieht fast aus für uns draußen momentan geht überall die so gut wie an der reifen gedrode felder so wie sie denn natürlich ist auf der online seite immer von alle hätten wenn ich ja von oben fahren können gel so was ist das die düngerstreue ist fertig das ist gut dann kann auch der ist auch angekommen mein lieber freund was ab geht es blieb ins gleich achtung dachte es mir gut ich fühle den auf die anderen werden dann zum hof zurückgefahren beziehungsweise weggeparkt wir sehen uns dann das nächste mal ich weiß nicht genau wann auf jeden fall sehen wir uns das nächste mal wieder auf der bergbahn wenn ihr lust habt seid wieder dabei und ich wünsche was macht's gut schön mittwoch tschüssi